So, heute schauen wir uns einen kurzen Ausschnitt von der Flow-Liga an. Wie ihr wisst, die Flow-Liga, eine Online-Darts-Liga, die man auch in echt spielen könnte, wo man auf E-Dart und Stil-Dart spielen kann. Hier 68 Punkte, Robby, Triple 12, Doppel 16 Versuch, 16 knapp innerhalb, dann Doppel 8 gecheckt. Und wir haben auf dartzentrum-augesburg.de unter dem Menüpunkt Flow-Liga mehr Infos. So, und jetzt schauen wir uns einen Leck an, das ich hier mitgefilmt habe. Wollte ich euch das eigentlich noch besser zusammenschneiden oder was mache ich hier eigentlich gerade? Na ja, egal, ich sehe es eben noch kleiner als ihr. Robby fängt an mit einer 93, Triple 18 erwischt. Und Easy, ja, ein Techniker, der hier in der Mitte nochmal seine Kamera von oben zeigt, dass man das Trippelfeld besser sieht. Eigentlich sehr, sehr geil, muss man sagen. Und da auch Flow-Liga und da Sportförderzentrum mit eingebaut hat, für ein bisschen Werbung, ist hier sein Gegner. Und Robby macht hier 20, Triple 19, Triple 19, eine 134 hinterher, 274 Rest. Easy, wir sind hier schon im dritten oder vierten Leck. Robby hat zwei 16 Darter gespielt und wirft jetzt Dart 7, 8 und 9. Das ist eine 64, 210 Rest. Ja, Easy auch ein sehr guter Spieler, hat auch schon über 80 abgeliefert bei uns. Hier wurde er aber schon hart erwischt, vor allem dieser Dart, der bouncet ihm raus, der war böse. Robby sieht das gar nicht. Der ist auch hier im Tunnel, nimmt die Flow-Liga sehr ernst, streckenweise. Die gehen ihm aber knapp drüber, einer geht aber noch rein. So, die 100 geworfen, nee, warte mal, 60 geworfen, der geht doch keiner rein. 150 Rest nach 12 Darts. Und er nimmt es relativ ernst, hat letztes Jahr gewonnen, hat da in der Elite-Liga ein Preisgeld mitgenommen und jetzt macht er hier den 15-Darter mit einem 150er-Finish perfekt. Und Easy steht so dran und sagt, was? Und Robby so, ja, mein Gott, ich bin halt Roba Marjanovic und mache das. Ich habe leider den Song nicht mit aufgenommen, das haben die natürlich nicht gesagt, aber es war sehr, sehr, sehr geil und jetzt zeige ich euch schnell noch die Match-Übersicht. Das letzte war dann, glaube ich, noch mal ein 17-Darter. Auf jeden Fall, Robby spielt hier 92 und rasiert ziemlich gut. Und vor allem dieses Leck wollte ich euch halt zeigen. Ich glaube, jetzt kommt noch mal ein 140. Jawohl, da ist das Ding. Also, Robby ist noch im Saft, ne? Jo, Spielübersicht haue ich euch noch rein. Hier ist die Spielübersicht und wer jetzt dieses Game auch gerne angeschaut hätte, auf unserem Discord war das einfach möglich, so wie ich es geschaut habe. Der Link ist in der Beschreibung und kommt gerne vorbei, da kann man alle Spiele gucken. Also, da kann man alle Spiele gucken, da kann man alle Spiele gucken.